Musicloft, der Podcast. Wir machen die Bühne frei für Schweizer Musik, reden mit Musikerinnen und Musikern über ihr Musikschaffen, ihr Leben über Gott und die Welt. Ich bin Andi Meier, Host von der Musicloft, selber auch Musiker. Heute bei mir ist Max Behrendt. Herzlich willkommen. Hoi Andi, schön bist du da. Schön, dass ich wieder an sein. Du hast gerade letzte Woche deine neue E-Busen gebracht, «She the Sun». Über die reden wir. Über deinen Karrierewechsel von der Geschäftsleitung zum Musiker und über die Frage, wo gehöre ich dazu, wo gehöre ich hin, was ist Heimat, was ist mein Zuhause. Aber zuerst steigen wir gerade steil ein. 60 Sekunden, Entweder-oder-Fragen. Bist du bereit für das? Let's go. TikTok oder Instagram? Instagram. Streaming oder Schallplatte? Schallplatte. Restaurant oder Takeaway? Restaurant. Lagerfeuer oder Bühne? Lagerfeuer. Netflix oder Kino? Kino. Podcast oder YouTube? Podcast. Morgen oder Abend? Morgen. Zelt oder Hotel? Zelt. Bier oder Wein? Bier. Berge oder Meer? Meer. Sneakers oder Lockschule? Sneakers. Band oder Solo? Band. Ski oder Snowboard? Ski. Dann Opern oder Theater? Theater. Auto oder ÖV? ÖV. Surfboard oder doch eher Gitarre? Gitarre. Du hast lange überlegt. Ja, der war schwierig. Das ist beides Herz und Sachen. Es ist auch die letzte Frage. Fast auf den Gang. Surfboard oder Gitarre? Du hast mit 14 auf eine Gitarre spielen. Wann ist Surfboard gekommen? Surfboard? Eigentlich auch in dieser Zeit. Es war einfach nicht ein Surfboard, sondern ein Skimboard. Kennst du das? So ein kleines Holzbrettchen. Das schmiss man eigentlich auf Brandung vom Meer. Dann kommst du drauf und dann gehst du in die Welle hinein. Okay. Das habe ich etwa zeitgleich angefangen. Aber so Surfen habe ich dann mit meinem besten Freund, dem Gutzim, so mit 20 Jahren angefangen. Und dort hat es mich auch reingenommen. Sehr, sehr cool. Jetzt gehen wir aber an einen anderen Punkt. Und zwar habe ich mich gefragt, wenn man dich jetzt vor fünf Jahren gefragt hätte, wo stehst du in fünf Jahren? Was hättest du dann für eine Antwort gegeben? Ui, ganz gute Frage, Andi. Ganz gute Frage. Vor fünf Jahren, da wäre ich 25 gewesen, wäre ich gerade richtig Brüssel geflogen. Nach meinem Master habe ich dort mein Praktikum gemacht. Bei Swiss Corps hat das geheissen. Und ich glaube, dort hättest du mich nachher in der Politik gesagt, und ich habe gesagt, ja, ich würde gerne die Welt verändern durch Politik oder durch, ja, in dem Sinne politische Arbeit. Und ich durfte auch dann in der Hand machen, aber dort war ich noch sehr beschäftigt mit Lobbyarbeit, wie kann man mit Politik eigentlich die Welt verändern. Und ja, da hätte ich gesagt, ja, vielleicht im Brüsseler Parlament oder im Nationalrat oder so etwas. Aber auch grosse Träume. Jetzt bist du in der Musik, ist die Musik dort schon ein Teil gewesen, irgendwo durch? Wahrscheinlich eben schon, aber hättest du dort an die Musik gar nicht gedacht? Nein, dort hätte ich sicher nicht die Antwort gegeben, hey, ich bin Musikerin und ich trete dann auf in weiss ich wo. Vielleicht hätte ich die Kabarettist gesagt, ich liebe Comedy und ja, hätte ich so etwas in die Richtung vielleicht gesagt, Politik ist ja auch ein bisschen Comedy, das passt ja eigentlich gut zusammen. Aber nein, die Musik hätte ich dort sicher nicht eine Antwort gegeben, auch wenn sie immer präsent war in meinem Leben. Dann gehen wir doch jetzt nochmal einen Schritt zurück. Eben, du hast dich Karriereleiter gehabt, vom Praktikum, bist nachher in die Geschäftsleitung gekommen. Und dann ist der Entscheidung gekommen, okay, ich muss richtig Musik gehen. Verzähl mal, wie ist es dorthin gekommen? Also was hat dort alles mitgespielt? Oder wie ist das überhaupt losgegangen, dass du überhaupt dorthin denkst? Das ist, ich bin mit 27 in die Geschäftsleitungsposition, ja, vom Verwaltungsrat, wie das so üblich ist, innen befördert wurde, von einer internen Stelle. Wie hat sich das angefühlt dort? Das ist ja schon, eigentlich, du hast es fast geschafft. Also du bist so ein bisschen... Das ist so das gewesen, ich musste ja mit 18 entscheiden, Betriebsökonomie studieren oder etwas Gescheites, wie man es so nennt, oder Musik. Und dann habe ich doch mit einer Ungewissheit gesagt, okay, erst mal eine Basis aufbauen. Und ja, dann ist natürlich das, was man auch oft eintrichtert kriegt, in den Studiengängen, Betriebsökonomie, von ja, ihr seid alles die Führungskräfte vom Mond. Ja. Und ja, dann kommt man dort schon an und denkt, so, jetzt. Jetzt habe ich es geschafft. Jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich dort. Und jetzt habe ich auch die Position, die ich gerne möchte. Ich habe auch gerne Leute geführt. In dem Sinne, ich habe gerne in einem Team gearbeitet, mit einem Team Sachen vorantrieben. Ich bin ein entscheidungsfreudiger Mensch. Ich bin dann dort angekommen und bin dann in der Geschäftsleitung gewesen. Ich war nicht erfüllt. Es war so der Punkt, wo ich gedacht habe, so, jetzt bin ich da. Und dann geht man in sich hinein und merkt, es fehlt noch immer etwas. Was braucht es nochmal? Eine neue Geschäftsführungsposition wird nicht anders sein in einem anderen Betrieb. Dann nach eigenen Schwierigkeiten mit mir selber, aber auch mit dem Job. Und auch, ja, ich bin ein sehr einfühlsamer Mensch. Ich habe dann auch immer die Probleme von den Leuten mit nach Hause genommen. Ich glaube, jeder sagt von sich, dass er ein einfühlsamer Mensch ist. Ich sage mal, er war ein sensibler Mensch. Und ich habe dann auch sehr viel mit nach Hause genommen. Und ich habe dann irgendwann gedacht, hey, das ist es nicht. Es laugt auch aus. Also es zehrt halt die ganzen Kräfte runter. Oder wie hast du das? Ja, nein, das Team hat mir dort sehr viel Kraft gegeben. Und wir hatten viel Motivation und wir hatten viel reissen. Und wir waren ein junges Team und hatten viel Spass auch. Also es war nicht nur ausgelaufen. Und trotzdem am Schluss des Abends war man ausgelaufen. Man redet ja immer von Glück, Erfüllung und all diese Themen. Aber ich bin wie körperlich, psychisch in allen Bereichen, da habe ich so gefunden, das möchte ich nicht bis zum Lebensende machen. Ich möchte etwas anderes machen. Deine Grosselternte, ich glaube, auch mal auf das hangepust. Ja, nicht hangepust. Das war so ein Moment, wo ich sehr gut noch weiss. Da habe ich in Brüssel gearbeitet. Da habe ich im Anzug gearbeitet. Ja, Brüssel ist so eine... Ja, wenn man dort in dem europäischen Kuchen arbeitet, ist das so eine Stadt, wo ganz viel schnell und hin und her und überall wird eine andere Sprache geschwätzt. Also man kann sich so etwas vorstellen, oder? Und dann bin ich meine Grosseltern besuchen mit meiner Mutter zusammen. Und dann habe ich so erzählt, was ich mache. Und dann hat meine Grossmutter gesagt, ah, ja, schön. Und ja, sie ist nicht mehr topfit gewesen in dem Sinn. Aber irgendwie habe ich eine andere Antwort erwartet. Es war nochmals ein bisschen mehr so, wow, mega cool, bist du da hergekommen? Dann habe ich gemerkt, ah, warte, nein. Also sie haben mich nicht gepusht, aber eine Antwort hat mir schon ein bisschen gereicht, um irgendwie auch zu checken von hm, nein, es passt irgendwie auch nicht zu mir. Und so, ja, ist schlussendlich, wenn wir wieder zurückgehen zu der Geschichte von der Geschäftsleitungsposition, ist ein Fotograf, heute einer von meinen besten Freunden, in mein Büro reingelaufen, weil ich Plakate bestellt habe für mein Büro. Und er hat dann gesagt, hey, gib mir mal etwas essen zusammen. Und dann so, gut, also das Geschäftsessen zuerst gedacht und dann ist es ein sehr freundschaftliches Essen geworden. Und dann aus dem Plauder heraus habe ich mal gesagt, ja, ich würde mal auch gerne mein eigenes Album aufnehmen. Ich hatte schon diesen Traum mal. Und er so, ja, ich mache den Grafiken. Und in dem Moment ist in mir etwas geschaltet von, ah, es ist möglich. Da ist jemand, der nicht sagt, du spinnst oder, nein, komm, vergiss den, du bist in einer guten Position. Nein, so, ich mache den Grafiken. Und auf einmal ist in mir etwas geschaltet. Ja, und dann, gut, ein halbes Jahr später habe ich eigentlich ins Blaue rausgekündigt vor der Pandemie. Mega gutes Timing. Wirklich, wirklich. März 2020 könnte die Pandemie März 2020 sein. Und wie ist es dir in diesem Moment dann gegangen, als die Pandemie gekommen ist? Es ist eine Ruhe in mir gekommen. Es ist etwas gewesen, ich habe jetzt auch Zeit dafür. Spannend. Es ist spannend gewesen. Also es ist keine Angst aufgekommen, oh nein, wieso habe ich das gemacht? Nein, in diesem Moment nicht. Ich bin natürlich auch jemand, der dann auch genug gut hat, vorausgeplant und so gewusst hat, okay, ich schaffe es bis dann und dann. Und dann habe ich mir auch in dieser Zeit noch einen Job, einen Nebenjob gesucht. Und dann bin ich da auch reingerutscht, wieder in eine gewisse Sicherheit. Aber weil die Pandemie war, war die Welt mal stillgestanden. Und ich auch, bei mir selber. Und so habe ich angefangen, Songs zu schreiben. Und wenn du jetzt zurück schaust, und jetzt bist du als Musiker unterwegs, schreibst du deine Songs, hast jetzt gerade die neue EP raus, fällt dir das nach wie vor leicht und findest, irgendwie hat sich der Turnaround jetzt gelohnt, wenn du noch zurück schaust. Bist du jetzt am Punkt, wo du sagst, hey, jetzt kann ich am Abend schlafen und bin irgendwie erfüllt, das ist irgendwie gut so. Es tönt ein bisschen so. Ist es wirklich so? Ja, es ist so. Es ist so. Und ich bin froh, das Wort Turnaround habe ich mir noch viel überlegt, weil es ja auf der Webseite hinstanden ist, dass der Turnaround, ein interessantes Wort dort, weil man sich umkehrt. Und das war für mich ein Umkehren zu meiner Vergangenheit. Es gibt so ein mega schönes Zitat, wo man sagt, ja, man muss das Leben vorwärts leben, aber noch rückwärts versteht man es. Und ich bin so froh, habe ich das rückwärts geschaut und angefangen, mich zu verstehen, wer ich bin, wie ich kommuniziere, was für Hemmungen habe ich in mir drin, was spielt sich alles in mir ab. Und ich bin so dankbar, habe ich diesen Weg gemacht und darf ich heute Musik machen und darf ich heute das machen, was mich erfüllt. Ich darf nicht nur Musik machen, aber es ist ein Grossteil jetzt schon von meinem Leben. Und ja, ich bin froh, habe ich diesen Schritt damals gemacht. Es ist immer schön, wenn man zurückgeschaut und merkt, okay, das war ein richtiger, ein guter Entscheid. Es ist doch auch ein Schritt so ein bisschen aufs Wasser raus, du weisst ja nicht, was dann kommt. Und ein anderer Punkt, wo ich finde, deine Songs haben sehr viel Tiefgang eben auch von dieser Zeit, von Erlebnissen, die du machst, von deinem Leben selber, die du erzählst. Ein Punkt dort, wo stark ist, ist die Zugehörigkeit. Auch vielleicht eine Heimat. Von wo komme ich? Wer bin ich? Nimm uns doch mal dort mit. Wie kommt das zustande? Das kommt zustande, wenn man wieder zu dieser Geschichte geht mit einer Box, mit Fotos. Also in dieser Pandemie räumt man ja seinen Keller auf, angeblich. Macht Bananenbrot. Genau, macht Bananenbrot, geht spazieren, spazieren, ist das Highlight. Und so habe ich während dem Bananenbrot gebacken, die Fotos ausgepackt und bin dann spazieren und habe mir überlegt, was ist jetzt eigentlich in all diesen Jahren passiert? Wo komme ich her? Wer bin ich? Und das Wer bin ich ist noch eine schwierige Frage, weil das, ja, das fragen sich auch viele Menschen und gibt es da eine Anleitung für das, wie man die Frage beantwortet. Und so habe ich wirklich Schritt für Schritt angefangen, zu schauen, wie ich auf die Woche komme. Und dann komme ich aus der Vergangenheit in Davos mit holländischen Eltern, auch das Hin- und Herreisen zwischen Holland und der Schweiz, ein Versuch, sich zu integrieren in die Gesellschaft, in der Schule. Du musst dir vorstellen, ich bin ein Kind gewesen, was sehr fröhlich und aufgestellt ist gewesen, wo mit vier ich anfing Deutsch lernen, wo noch parallel in eine holländische Schule gegangen ist. Also ich bin in die Schweizer Schule und am Abend bin ich noch in die holländische, weil meine Eltern auch noch so ein bisschen um wehrweise gewesen sind. Ja, gehen wir mal zurück, gehen wir nicht, er muss ja beides können. Und dann Sprachenkonflikt auch. Dann Sprachenkonflikt, aber man nimmt auch Kultur mit, über Sprache kriegt man Kultur mit, eingeflößt. Man hat auch die holländische Nationalmannschaft angeführt und dann ist die Schweizer Nationalmannschaft gekommen und dann hat man versucht, die gleichen Emotionen und es ist dann gleich nicht gegangen, weil zu Hause ist ja, die Mama und die Papi sind für die holländische gewesen. Und so hatte ich auch so meine eigenen Mühe mich wie zuzuhörig fühlen, weil in der Schweiz bin ich auch irgendwie so als holländischer Kind gewesen, auch so einen lustigen Rudi-Garell-Akzent Teilweise bis das das Schweizerdeutsch auch mal reinkommen ist und in Holland bin ich aber der Schweizer Cousin gewesen und man hat wie so zwei Welten in sich gehabt. Immer die Frage ist in mir aufgekommen, wieso darf ich jetzt da nicht teilhaben oder teilnehmen ist noch recht schnell passiert. Zugang ist vor allem für einen Buben, der weiss ist, der weder Beeinträchtigung hat, sonst irgendwelche Barrieren eigentlich muss überwinden, habe ich gleich gemerkt, es gibt auch gewisse Barrieren, die ich nicht ganz verstehe. Und da möchte ich ganz klar sagen, das sind so mit Barrieren, das möchte ich nicht das Wort jetzt besetzen, weil andere Leute haben da ganz andere Barrieren wie ich. Aber ich habe gemerkt, es ist eine Haltung der Menschen, wo ich auch immer mehr, und da kommt das Lied von Mani Mater, die Hemmungen. Warum haben die Leute Hemmungen? Mit mir, wieso habe ich Hemmungen aufs Mal mich zu öffnen? Und so ist das Thema Zugehörigkeit mich eigentlich sehr begleitet. Und so habe ich eigentlich dort angefangen, wo die Zugehörigkeit anfängt, und das ist bei der Familie. Jeder Mensch fängt irgendwo mit der Zugehörigkeit mit der Familie an. Man wird dort eingeboren, man hat einen Namen, man hat einen Namen, den dreht man mit sich, und man geht so durchs Leben, und meistens ist mit einem Namen auch oft schon ein, ja, nicht ein Label gegeben, aber man assoziiert schon gewisse Sachen, und man geht durchs Leben, und dort fängt die Zugehörigkeit an, und so im Debütalbum bin ich sehr mit dem beschäftigt gewesen. Was heisst meine Zugehörigkeit in dieser Familie? Und vor allem die Frage, ist das, wo ich gerade an dem Punkt bin, in dieser Geschäftsleitungsposition, ist das jetzt später? Man sagt ja immer, ein Lehrer oder Lehrerin sagt, später, wenn du gross bist, weisst du ganz genau, was du machst, und wer du bist. Und das habe ich nicht gewusst. Und wo ich hergehöre, habe ich auch nicht gewusst. Ich habe in Bern gewohnt, ich habe mich wohlgefühlt, dort habe ich ein gutes Leben gehabt. Und das Gleiche war etwas immer, wo bin ich zugehörig? und da kommt noch das Wort dazu, nämlich die selbstverständliche Zugehörigkeit. Und das ist wichtig, weil ich bin zugehörig gewesen in dieser Gesellschaft. Ich habe einen guten Job gehabt, ich habe ein wunderbares Leben gehabt, Freunde, Familie, alles stimmt. Aber das ist ganz selbstverständlich passiert. Ich habe eigentlich ganz wenig müssen machen und trotzdem war etwas in mir es stimmt noch nicht. Darum bin ich die selbstverständliche Zugehörigkeit hinterfragen. Dort habe ich vorher den Nebenjob erwähnt und das war in einem inklusiven Team in Bern, wo ich in einem diversen Team mit Leuten mit und ohne Beeinträchtigung und dort so viel zu meinen eigenen Hemmungen und Barrieren und Barrieren für diese Menschen auch dürfen lernen, die Leute mit Beeinträchtigung und auch gemerkt, hey, liegt es daran, an meiner eigenen Haltung, wie ich kommuniziere, wie ich denke, wie ich Dinge für selbstverständlich nehme. So wie auch meine eigene Zugehörigkeit, die nehme ich für selbstverständlich, aber sie ist es eigentlich gar nicht. Und so bin ich eigentlich durch den ganzen Prozess und so sind vielleicht die Tiefe in den Songs entstanden, weil das ist etwas gewesen, was ich für mich habe müssen und aufräumen und ja, in die Zukunft kommen dann vielleicht mal ein bisschen leichtere Songs. Genau. Es ist immer ein Kunstensong, der sehr tiefgrünig ist, auch ein bisschen leicht zu verpacken. Also weisst du, der Indie-Folk-Pop-Style, der Singer-Songwriter-Stil, der eigentlich auch mal leichter herkommen kann und gleich halt eben tiefgründige Lyrics haben. Und das ist etwas, das sich in einem schönen ergänzt. Man hört dann gerne zu, es ist so schön zu hören und gleichzeitig oh wow, ich sollte eigentlich mal hören, was da gesagt wird. Weil da ist glaube ich etwas Spannendes dahinter. Ja, das ist auch der Grund gewesen. Also ich habe mich immer sehr in der Volkmusik zu Hause gefühlt und Volkmusik, Country, American, also die Sparte von Musik, das ist sehr bodenständige Musik, das ist sehr viel Spiritualität drin, dort ist sehr viel, ja Lebensfragen sind dort mit drin. Und gleich habe ich gefunden, hey, die müssen auch zugänglich sein und das Genre Volk-Pop bietet sich dort eigentlich sehr an. Es ist Musik, die ich selber sehr gerne höre, es stellt die grosse Lebensfrage und gleich hat es das Poppige drin, das die Allgemeinheit dort auch einen leichten Zugang dazu kriegt und wir uns als Gesellschaft mit dem können auseinandersetzen. Weil Amerikaner, Volk, das ist auch eine Geschmackssache, da gibt es klar Pop auch, aber Pop ist sicher eine breitere Masse, die du gerne zuhörst. Genau, genau. Jetzt hast du, das finde ich noch spannend, eben das Thema Zugehörigkeit, Heimat, wo bin ich auch zuhause, Holland, Schweiz, Bern, St. Gallen, Davos. Und in den Songs, schreibst du deine Songs in der Schweiz und kannst nachher in Holland gehen aufnehmen? Oder wo, bist du jetzt ein bisschen am Heimat suchen? Wo soll ich denn jetzt die Songs, wo ist denn jetzt meine Musik zuhause? Oder ist die klar in der Schweiz? Ich bin jetzt ja in Rotterdam meinst du recht im Kopf aufgenommen. In näher in Amsterdam habe ich einen Teil aufgenommen und in Arnhem, das ist ja die Grenze von Holland, Deutschland, also näher an die Grenze. Ja, das muss man glaube ich noch unterscheiden. Es gibt einen Songwriting-Prozess und der passiert bei mir fast überall und meistens in den ungebigsten Momenten. Also irgendwie, wenn ich an einer Party bin und auf einmal höre ich einen Satz und denke, boah, der Satz und auf einmal bin ich wie weg. Und dann siehst du mich auf einmal auf dem WC-Sack mit dem Nattel und Songmemos aufnehmen und Gedanken und dann kommt irgendjemand in so einem Kommentar du bist auch immer am Handy. Wenn du wüsstest, was ich da eben angeschaut. Ja, also es ist auch schon gekommen und teilweise ist es auch sehr bewusst das Hörenhocken. Ich gehe sehr gerne auf Davos zu meinem Vater oder auf Kloster oder zu meiner Mami und sitze dort mit der Gitarre her. Es ist auch oft, wenn ich Ruhe habe in mir und dann habe ich für die EP entschieden, ich arbeite mit einem holländischen Produzent zusammen, weil ich die holländische Kultur, die ich vorhin beschrieben habe, das spüre ich mega fest in mir. Das ist etwas, das ist mir mitgegeben worden, das ist musikalisch, im Sport, in der Sprache, das habe ich in mir und ich fand, komm, ich gehe mal dort die Musiker aufnehmen, die ich kulturell, die ich auch in mir habe. Und wie hast du das erlebt? Auch ernüchternd, muss ich sagen. Inwiefern? Oder was hast du dir erhofft? Was wir erhofft haben, ist eine gewisse Leichtigkeit im ganzen Aufnahmeprozess, aber auch ein Verständnis für die Songs. Und das ist absolut passiert. Das Kulturelle hat geklickt. Aber ich habe auch die kulturelle Seite entdeckt, wo ich mega fest ein Schweizer bin. Oder wo ich die Schweizerkultur in mir rein träge, weil das ist die andere Seite, die andere Kultur. Oder hast du erst einen Moment, wo du noch gerade... Ja, ich finde, gewisse Höflichkeiten, gewisse Holländer können sehr segg sein, Holländer, Holländerinnen. Direkt? Mega direkt. Also E-Mail-Verkehr ist kurz angebunden. Also wenn es heisst, hey, kannst du mir die Songs schicken, kommt ein E-Mail-Zock bin dran. Und es beantwortet weder deine Frage noch... Es hat so etwas Britisches, Amerikanisches, so der Ecke, etwas Nördliches drin. Wir wollen ja jetzt nicht auch vorallgemeiner, aber es ist so, der Teil ist sicher etwas gewesen und es hat einen gewissen Zynismus, Sarkasmus drin, den ich auch nicht immer ganz verstanden habe, den ich dann gesungen habe im Studio und gesagt habe, es war gut. Und so beide, nein. Und ich so, Tod Ernst, Tod Ernst. Und ich so, hä? Nein, Max, man verarschen, die Nörd ist super gewesen, mega gut. Und ich bin eher ein unsicherer Mensch, was so Sachen, sicher den Gesang angeht. Das ist wirklich so, dass ich wieder ein neues kennenlernen von meiner eigenen Kultur oder dieser Kultur, wo meine Eltern herkamen gewesen war. Darum war es sehr spannend, diesen Mix zu erfahren. Ja, aber es ist auch schön, dass du etwas von dieser Kultur mitnehmen und merken, okay, ich habe Schweiz, Holland, ich habe noch beides in mir. Und das ist in dem Fall dort gerade aufeinander gelässt auch ein bisschen. Ja, gelässt oder auch mitgenommen, ich glaube, jeder Schweizer Nazi-Spieler, der das Doppelte in sich auch hat. Also ich glaube, in der Schweiz kann das jeder und jede nachvollziehen, weil der Kanton, die Geist oder jeder ist stolz auf jeder und jede ist stolz auf sein und ihr Dorf. Und ja, je nachdem wechselt man schon den Kanton und der Dialekt ist anders. Ich glaube, das ist ja auch das Schöne von der Schweiz, aber das darf man immer wieder neu. Und dort habe ich auch gelernt, hey, die Hemmungen, die ich teilweise auch gehabt habe, gegenüber gewissen kulturellen Aspekten, die habe ich auch in dem Prozess wie gelernt, offener mit denen umzugehen. Und auch oft in der Kommunikation auch nochmal dann halt das Mail zurückschreiben von «Du, hast du nicht beantwortet? Wann kommt es?» Sagen wir jetzt das Datum. Und dann kommt das Mail wieder retro. Also ich glaube, dort lernt man sehr viel, habe ich sehr viel lernen über mich selber auch. in dem Prozess drin. Jetzt haben wir viele tiefe Einblicks von deinem Leben gehabt. Jetzt würde ich gerne noch ein bisschen anfangen zu philosophieren und mit dir mal über Gott und die Welt sprechen. Sehr schön. Musik läuft persönlich. Fragen über Gott und die Welt. Unser Podcast ist ein Produkt von RF Media, ein Medienunternehmen, das sich auf die Fahne geschrieben hat, über Gott und die Welt zu berichten. Und da nimmt es uns bei unseren Gästen immer auch Wunder. Hast du dich schon mal gefragt, ob es einen Gott gibt? Ja, definitiv. Das kriegt man ja auch mit. Oder am Anfang mit der Erziehung etc. Man geht in Religionsunterricht. Bei mir ist es so gewesen, Max, willst du kantolisch oder evangelisch Religionsunterricht? Also ich habe gestifelt und ich so meine Eltern fragte und haben sie gesagt, ja wo sind denn deine Freunde? Ich glaube evangelisch, dann gehst du ja schon. Also so ist meine erste Berührung mit Religion oder mit Gott und mit Gott gewesen sozusagen, mit dem Thema, mit dieser Spiritualität. Und das, meine Eltern haben mir sehr den Ansatz mitgegeben, geh Gott für dich suchen. und haben nie gesagt, schau dir die Passage jetzt in der Bibel, so ist es. Und so habe ich schon recht früh die Haltung entwickeln, wo ist Gott für mich. Und für mich gibt es einen Gott, aber in jedem Menschen drin. Also das steht ja auch x-mal in der Bibel irgendwo beschrieben. und ich habe, man betet ja oft zu einem Gott, aber ich habe oft auch für mich selber herausfinden, was erhoffst du jetzt zurück? Ist es auch wieder dort? Ist es gerade etwas in dir drin, was dich selber beschäftigt ist? Wie kann du das selber lösen? Und so habe ich mich sehr früh mit diesen spirituellen Fragen auseinandersetzt. Und in dem Sinn, ja, es gibt einen Gott, jedem und von uns. Jetzt, wenn man auf die Bibel schaut, hat es dort die Schöpfungsgeschichte, wo steht, dass Gott Menschen gemacht hat. Ein bisschen heikle Frage vielleicht, auch nicht. Macht ihn das dann zum Egoist, wenn das so war? Spannend. Ich glaube, ich fange mal an mit dem Thema Schöpfung. Es geht ja um Kreation. Da sind wir auch wieder in Verbindung mit der Musik und mit der Kunst. Man kreiert etwas, man erschafft etwas. Und in dem Sinn ist ein Erschaffen und etwas Schöpfen immer ein egoistischer Prozess. Man muss sehr fest in sich selber reingehen, man muss gerade mal alles ausblenden und man muss ganz fest ausblenden, was denken andere und was denkt die Welt über das, sondern was möchte ich erschaffen. Das Wort Egoismus wird ja auch nicht negativ, es wird ja oft negativ assoziiert. Also ein Egoist ist etwas. Schaut nur für sich. Schaut nur für sich. Egal was sonst passiert. Genau, man gehört ja oft das Thema Glück finden, Selbstverwirklichung etc. Man gehört ja oft so, ein gewisser Egoismus darf auch da sein, weil sonst kann man auch gar nicht kreieren und schöpfen. Wenn man dann auf alles hört, also jetzt sage ich nicht, dass Gott auf alles, was schon bestanden hat, Haifisch und hat so in dem Sinn hören müssen. Und dort glaube ich, ja, Gott war da durch Egoist. Wenn man die Schöpfungsgeschichte durchgeht, hat er eine Welt erschaffen nach dieser Vorstellung. Und jetzt kann man überlegen, ob das gut oder schlecht war, aber er hat für das Kreative oder für das Kreieren, für das Schöpfen muss man auch einen gewissen Egoismus Hast du dem Gott schon mal Vorwürfe gemacht? Ja, ständig. Ja, Moritz ist es gerade so rausgekommen, ständig. Ständig. Ja, ich kann ja, ich kann dem Gott auch schon Vorwürfe machen, aber es sind auch immer Vorwürfe gegenüber einem selber. Also ich gehe jetzt wirklich von dem aus, dass für mich Gott sei es Allah, sei es Spiritualität, Sex Buddha, man darf es nennen, wie man möchte, ist in einem selber drin, was ich auch in einem von den Songs besinge, wo in der EP rausgekommen ist. Und ja, da macht man sich selber Vorwürfe teilweise auch, also Beispiel, wenn man eine Person verliert, die einem nahe ist, fragt man sich immer, wieso hat ihr jetzt müssen gehen? Oder ja, man kann auch das Leben kaum mit dem Tod erklären. Und das sind so Sachen, aber dann fragt man sich ja, macht man sich jetzt den Vorwurf, weil man vielleicht das Gefühl hat, zu wenig Zeit mit der Person verbracht zu haben. Ich glaube, dann muss man dort anfangen zu suchen. Natürlich kann man einem Gott die Schuld geben oder Vorwürfe machen oder sagen, ja, die Welt, wie sie ist, liebe Gott, wieso? Aber wenn wir jetzt wieder zurückgehen auf die Schöpfungsgeschichte, Gott hat uns in dem Sinne gearbeitet, um sich mit sich selber auseinandersetzen und zusammenzuleben. Und alles, was so jetzt ist, das sind wir selber. Und dann gehen wir wieder zurück. Die Spiritualität haben wir alle selber. Und wenn wir am Schluss vom Leben angekommen, dann vergat der Körper und dann bleibt das übrig, wo man sich schlussendlich selber damit beschäftigt. Also so stelle ich es mir zumindest vor. Wisse Verantwortung für das eigene Leben, für das eigene Handeln. Genau. Und dass dann der Nächste oder die Nächste immer wieder die Verantwortung auch wieder übernehmen für die Erden. weil wir nur eine schaffen, also sozusagen einen Song geschaffen. Das entwickelt sich immer weiter. Das ist eine grosse Jazzplatte. Teilweise ist ein bisschen freaky. Teilweise ist ein bisschen upspaced, teilweise auch mal ganz ruhig. Aktuell wirklich sehr wilde Platten. Und da tragen wir alle bei. Und da müssen wir die Verantwortung übernehmen, mitbeizutragen. Genau. Eine andere Richtung, die Frage ist, ist es ein Ziel des Lebens, immer besser zu werden? Jetzt egal, welchen Aspekt. Nein, ich glaube, nicht immer besser. alle Menschen wollen sehen, gehört und gebraucht werden. Ich glaube, das ist so eine Basis, wo wir alle wollen. Und ich glaube, das Bessere impliziert immer, dass die alte Version von einem selber nicht gut war. Es gibt gut, besser, am besten. auch wieder mit der Sprache finde ich das Wort besser. Ich glaube aber, das Leben geht darum, dass man sich immer weiterentwickelt und auch mal scheitert in dem. Also man kann auch mal eine Version von sich haben, die überhaupt nicht für jemanden besser ist, aber vielleicht für einen gerade in dem Moment schon. Und so kann man eigentlich immer eine Entwicklung weitermachen und mit sich selber, aber auch mit seinem Umfeld schauen, dass eigentlich jeder Tag die beste Version dasteht und einige Tage gelingt es einem anderen Tag überhaupt nicht. Und darf man eben auch scheitern. Ja, mehr Gespräche und Sendung über all die Themen gibt es auf erfmedia.ch und wir machen jetzt einen Zeitsprung zurück in die Vergangenheit. Music Loft Memories Vom hochphilosophischen Text gehen wir jetzt mal zurück auf das Handfest, auf das man kann greifen oder vor einem hat. Auf dem Tisch vor uns, in der Mitte liegen ein Walkman, ein Discman, ein iPod Shuffle. Alte technische Geräte, wenn du zurückdenkst in deine Teenie-Zeit, wie hast du deinen Lieblingssong gehört? Ist es etwas, was da ist? Weisst du das noch? Ja, ein Moment, das ist der Discman da, der liegt. Meine erste CD, die ich auf- und abgehört habe, war die von Ray Charles. Die ist 2004 rausgekommen, hat er mit diversen Künstlerinnen aufgenommen und das habe ich auf- und abgehört. Und das ist, jetzt sind wir auch gerade in den Ferien gewesen und er hat auch Somewhere Over the Rainbow oder mit wenn man nicht alles täuscht mit Nora Jones und Don't Know Why I Didn't Come oder mit Elton John Sorry Seems to be the hardest word. Ich weiss sie wirklich fast alle noch auswendig. habe ich das gelassen und das hat mir unfühl gegeben und dann habe ich den Rätis gemäht. Mit Antischock wahrscheinlich. Ja, genau. Irgendwie so in die Hosentasche gestopft und versuche den mitzunehmen und so die ganz grossen Kopfhörchen und überhaupt nicht praktisch und nachher kann ich mich auch noch erinnern, dass der iPod rausgekommen oder der Kleiner ist joggen und dort bin ich überfordert gewesen. Weil dann habe ich selber den Musiker nicht draufladen, ich konnte auch selber wählen und dann kam das Lied einfach und das erinnert mich auch wieder an die Kassette. Da erinnere ich mich einfach so an die Bravo-Hits oder SRF DRS-3 damals noch war, Hitparade aufgenommen und dann habe ich auf einmal gedacht, oh nein, die Kassette haben bestimmt einen ganzen Tag davor gesessen. Also ich habe sehr gute Erinnerungen an all diesen Geräten bis auf die Weiterentwicklung zum iPod. Das ist ein iPod, oder? Ja, genau. Das ist einer der ersten iPods. ist das so. Nein, das war schon ein Display. Oh wow. Genau. Ja, das, das, ja, da habe ich angefangen, die Musik selber kuratieren und das war für mich anstrengend. Anstrengend. Ja. Sehr schön, jetzt gehen wir aber weg von der Musik von anderen und jetzt gehen wir auf deine Musik ein. Musik Zugehörigkeit, Inklusion so ein bisschen gekriegt. Erzähl mal, worum Beisth her oder wie ist dieser Song entstanden? Dieser Song ist nach dem Zermatt Unplugged entstanden. Ich bin mit Bettina, meiner Partnerin, sind wir als Zermatt Unplugged, das ist ein Lieblingsfestival und ich habe Gitarren immer dabei und dann bin ich nach dem Zermatt Unplugged, nach dem Jake Isaac bin ich heimgekommen und er hat einen Song der heisst Gold und dort hat so ein wunderschönes Gitarrenriff dann habe ich versucht nachzuspielen habe ich es aber nicht geschafft aber in dem ist ein neues Gitarrenriff entstanden und das ist so das Gitarrenriff wo man jetzt das gehört die hohen Töne dort und dann bin ich gesucht was löst der in mir aus und dort gibt es Songzeile du gehörst ich nehme meine Inspirationen von allen Richtungen da gibt es eine Songzeile von Marius Bär in seinem Eurovision Song In my room there's a boy und dort habe ich gesagt ja ich sehe mich immer in meinem eigenen Zimmer und dort ist der Satz gekommen there's a boy who wants to be seen und so bin ich ins Thema reinkam und bin dann in den Prozess reinkam dass die Hemmungen die ich in mir selber habe uroft Sachen für andere Leute verunmöglicht oder nicht möglich haben gemacht und das habe ich vor allem mit dem inklusiven Team gemerkt mit Fremdwörtern die ganze Zeit kommuniziert schnell nicht normal erklärt Prozesse ultra kompliziert gemacht obwohl alles sehr viel einfacher und zugänglicher ging da habe ich gemerkt ich muss mich mit dem inneren Beist beschäftigen und das ist wirklich so ja im Schweizer Deutsch sagen man ist ein Sauhund das inneren Beist wo einem immer wieder die Hemmungen so präsentiert auch wo man aber hat rauslassen das Beist ist auch etwas Positives so bis dich selber und versuche nicht einem Ideal in der Gesellschaft zu entsprechen und so ist der Song entstanden nach dem Motto von zeig das inneren Beist beschäftigt dich mit dem zeig wo du Mühe hast zeig wo du scheiterisch zeig wo es falsch geht zeig wenn du etwas nicht verstehst bis ehrlich und sag es und zeig dich und ich glaube wenn wir alle würden das Beist rauslassen gäbe es auch ein besseres Verständnis voneinander aber jemand versteht das gerade nicht und oft sagen wir die Hemmungen nicht dass man es nicht versteht irgendein Fremdwort und keine Ahnung ja ich weiss was heißt ja ja und das Pokerface aufsetzen anstatt man nochmal Fragen stellt und das ist das ist so so ist der Song entstanden und das ist auch einer gewesen wenn man so durch die ganze EP durchgegangen ist so der war der der soll so Mut auch geben musikalisch der soll vorantreiben und dann sind die ganzen Drums dazu und das ganze das Orchester mässige Klavier und weiss ich was alles und dann haben wir gefunden der soll Leute antreiben der so sich mit dem zu beschäftigen so wie ich das machen durfte weil man fühlt sich gut ein Ort wo du dich auch immer gut gefühlt hast um den Stichwort gerade aufgerichtet Scheide sie redest du ja oder hast du uns im Vorgespräch mit dir ein Vorgespräch gehabt auch gesagt dass du immer gerne ans Meer gegangen bist und deine Bedürfnisse deine Gefühle weitergegeben hast ihr eben nimm uns mal mit an den Ort wie hat der geschmückt wie hat der ausgesehen wie fühlt sich das dort an wie sieht das aus der Ort wo du am Meer bist gut da gehen wir jetzt auf eine Reise wo wir von der Schweiz mit dem Auto über die Autobahn und so langsam schmeckt es ein bisschen mufflig im Auto da eine Chipspackung da ein Getränk vielleicht hat jemand noch ein Erdnussbuttersandwich dabei immer gut dann kommt man dort an nach so 8 bis 10 Stunden Fahrt am Meer in Holland und man steigt aus und es windet einmal ganz fest und so ganz durch die Haare durch und man schmückt schon Salz in der Luft und man sieht so den Wetterwechsel zwischen der Sonne und Regen und einmal so der Regen ins Gesicht und einmal die Sonne im Gesicht und dann geht man runter an das Meer und es je nach Wind wenn es vom Meer kommt dann macht es dann tätschst und tut es und macht und dann gehört man irgendeinen Möwen und dann irgendwo ganz in der Weite noch einen Hund am Bellen und das ist so etwas ganz raus und gleich ist es wie eine warme Umarmung für mich zumindest das Meer in Holland ich verstehe dass jemand anders sagt hey Spanien wärme schön still ist Ruhe und ja das ist wie für mich ein Zuhören und da kommt ja das Wort Zugehörigkeit ist das Wort Hören drin das ist das gegenseitige Zuhören und meistens stehe ich dort einfach mal und höre dem Meer zu und auf einmal fange ich mit dem Meer in Gedanken an zu sprechen oder auch laut je nachdem wie viele Leute es rum hat und es entsteht ein Gespräch und das Spannende ist ohne Worte und das ist für mich der Ort wo mich sehr ja umarmt fühle wohl wo ich meine Zugehörigkeit gespüre obwohl es im Song scheiden sei eben nicht um die umarmung gerade um Schluss sondern um das puren Gegenteil und Einsamkeit wenn fühle ich mich absolut einsam und das ist das ist eine wichtige Frage weil wenn man die Zugehörigkeit suche muss man auch das Gegenteil wissen und ähm oder muss also es ist alles was darf es ist für mich ein Müse damit es Sinn macht ja und so ist sie entstanden die suche nach was wenn fühle ich mich absolut einsam du bist aber auch schon sehr viel in Kontakt mit vielen Menschen das hast im black to blue da geht es um den Gary und mich hat es wirklich wunder genommen weisst du heute jetzt wie es dem Gary geht hast du Kontakt mit ihm ja ich habe ihm den Song geschickt das ist eine lustige Geschichte Gary muss man sich so vorstellen so ein britischer Mann in seinen 60 mega freundlich nicht vom Ausgesehen Mr. Bean aber so ein sehr freundlicher fröhlicher aufgestellter Mensch und ich habe ihm den Song geschickt und gefragt wie es geht und so es ist auch dort wieder die britische Antwort zurück wo man hat können oh Max yes I'm fine that's a sweet song of yours schöner Song Punkt Punkt und es geht ja auch so um ihn und er hat eine riesige Geschichte erlebt also so eine Geschichte wo man denkt boah du hast genug erlebt im Leben und trotzdem bist du immer noch so fröhlich und offen und lebensfroh bei jedem Mensch wo du begegnest und von ihm kommt auch der Satz wo ich ihn gefragt wo er die Haltung her hat er gesagt yeah well Max you know days turn from black to blue every day is a new day das hat mich mitgenommen auf die Reise jeden Tag ist ein neuer Tag was würdest ihm noch gerne sagen heute weil du hast per Mail nicht zu Kontakt können würdest ihm gerne noch etwas nein ich würde glaube es ist ein Mensch dem muss man nichts mehr sagen I hope you're well see you again soon also ich hoffe wirklich dass ich eines Tages wieder an dem Strand im Pulsef Beach Old Man Bay hat das geheissen dass ich ihn wieder antreffen und einfach mit ihm wieder ein Bier trinke sehr schön wir haben die Akustik Session mit dir verlinkt auf YouTube wir verlinken sie die Show Notes natürlich dass man die Songs eben auch hören wie es klingt an unsere Gäste fragen wir was können wir von deiner Erfahrung lernen darum habe ich die Frage was ist ein Tipp von dir an andere Musikerinnen Musiker den du aus deiner Erfahrung weitergeben ja gute Fragen ich würde sagen es ist mein Tipp ist mach mach scheiter mach es nochmal neu man hat so viele Aspekte in der Musikwelt man tut Songs kreieren man muss es veröffentlichen je nachdem promoten booken was für Profil was man dann auf Instagram social media es ist ein ganzes business schlussendlich und es gibt genug Hemmungen dass man jedes Mal sagt soll ich noch oder mach es einfach und schau mal wie es ankommt und ja und dann entwickle dich weiter zeige den Entwicklungsprozess weil die Musik die ich jetzt draussen habe nein ist nicht nur das was ich schon gerne oder das was ich vielleicht auch mega bewundere aber es ist die Musik die ich gerade mache wer ich gerade bin und das finde ich das schönste fast bei Musik wenn man Künstlerin verfolgen alle Alben zu hören und die Entwicklung miterleben darum mache und zeige die Entwicklung am Publikum beim Publikum sind wir nämlich gerade wenn man dich live sieht das EP Release Konzert am 12. Mai richtig was kann man sich dann als Besucher was erwartet einem abend ein sehr magischer ich sage jetzt wirklich einfach ein magischer Abend mit einem wunderbaren Orchester einem Tabula Musica Orchester dürfen wir gerne eingeben www.tabula.musica.ch jetzt mache ich schnell einen ersten Block Andi aber ich hoffe es ist gut wo ich letztes Jahr angefragt und gesagt hey ich möchte über das Thema Zugehörigkeit diese EP herausbringen und sie sind ein professionelles Orchester wo schon mit Lohntledig mit Jeans or Jesus auftreten wo Spezialistinnen sind im barrierefreien Musizieren und das habe ich grossartig gefunden und ich darf jetzt dort mit 18 Nase dürfen wir jetzt die EP zusammenspielen und mit der Band zusammen also es ist ja man darf wirklich sich auf einem magischen Abend wo man ganz anders hört wirklich im Orchester Arrangement richtig gross gross mit viel Lebensfreude aber man darf alles mit an dem Abend haben Emotionen Lebensfreude nachdenkliche Tiefe und einen Abend zum geniessen mit Menschen es ist auch ein eher kleines 100 Leute es ist im Beat Jazz es ist wirklich eine wunderschöne Location und so darf man ja eine Stunde lang einfach Musik geniessen und sich mit allen darüber austauschen was dort sind ein magischer Abend im Beat genau danke Max Bieren bist du da bei uns danke für deine Offenheit danke Andi sehr gerne und in einem Monat kommt eine nächste Folge vom Music Loft Podcast die gibt es seit zwei Jahren respektive fünf Jahren in einer ähnlichen Form wo man Musikerinnen und Musiker aus der Schweiz vorstellen und bei uns in der Loft zu Gast haben darum Grund genug über ein nächstes riesiges Highlight im September auch zu sprechen das dann in der nächsten Folge bis dann und bei uns hat der Gast immer das letzte Wort danke vielmal für alle die jetzt dazugelöst haben aber alle auch die meiner Musik oder anderer Musik hören ich habe Freude dass ich diesen Weg machen darf machen Musik Loft der Podcast entdecke Schweizer Musik und hilf mit dass wir weiterhin Popmusik aus der Schweiz mit Podcast und Akustik Session vorstellen jetzt mitfördern